ein wunderschönen guten Tag und ein schönes Wochenende wünsche ich euch zu LS19, Landwirtschaft Simulator 19. Wir sind auf der Playstation 5 und das ist eigentlich immer eine Gameplay-Folge, weil das Wochenende, da wird sehr viel kommen und dementsprechend gibt es heute mal eine Gameplay-Folge. Ich würde mich feiern und würde mich darüber freuen, wenn ihr das natürlich liked und euch anschaut. Ich habe die Fahrzeuge geändert auf dem Hof, für die, die im Livestream dabei waren. Ich habe jetzt einen JD, einen 6920S, momentan auf dem Hof. Mit dem werden wir gleich schwatten, also auf dem Feld oben. Das schauen wir uns gleich an und wir rennen mal rüber. Wir haben den Cunting, wir haben den 68, nein 6910S. Der ist hier mit der Saatmaschine Zugange. Dann mit der Schwad, wenn wir es rechtzeitig schaffen, müssen wir mal gucken, dass wir schon mal zwei, drei Bahnen einholen. Die Schwad werde ich legen, dass wir kein Heu produzieren, sondern dass wir für den Silagebunker zwei, drei Hängerchen schon mal reinledern. Den Rest machen wir natürlich im Livestream. Ja, würde mich freuen. Wie gesagt, es geht los und wir machen das Ganze natürlich im Timeless. Das heißt, wir können mehrere Schritte in einen ziemlich kurzen Abstand spielen und wir hören uns nachher nochmal. Bis dann und es geht los. Bis dann. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ja, das werden wir natürlich im Livestream machen. Das bedeutet, im Livestream ist Silagefahnen angesagt. Und, ähm, wir werden die Ernte weitermachen. Das heißt, ähm, Düngung und, und, und. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall ein bisschen gefallen. Wie gesagt, liken, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im Livestream. Ich bin euer Paddy. Ciao, ciao.